Hi, mein Name ist Alex Anger, ich bin 20 Jahre alt, bin 2,3 Meter groß, spiele bei den AstroStars die Position Power Forward. Ich bin nach Bochum gekommen, weil ich neben dem Basketball auch ein Studium absolvieren kann. An Bochum gefällt mir sehr die Innenstadt und dass alle Leute sehr sympathisch auf mich wirken.